SEO Copywriting – Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung Das Copywriting-Buch Die Kunst der Wortgewandtheit und Überzeugung mit deinem Werbetext Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com SEO Copywriting ist eine spezielle Schreibtechnik, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit einer Website in Suchmaschinen zu erhöhen und gleichzeitig ansprechende, überzeugende Inhalte zu erstellen, die Leser zum Handeln anregen Das Herzstück des SEO Copywritings ist die geschickte Integration von Schlüsselwörtern und Phrasen, die potenzielle Kunden verwenden, um nach Produkten, Dienstleistungen oder Informationen online zu suchen Doch es geht um weit mehr als nur das Einbetten von Keywords in Texte SEO Copywriting verbindet die Kunst des Schreibens mit der Wissenschaft der Suchmaschinenoptimierung, um Inhalte zu schaffen, die sowohl für Suchmaschinen als auch für menschliche Leser wertvoll sind Die Bedeutung von Keywords, Keywords und Phrasen sind das Fundament des SEO Copywritings Sie helfen Suchmaschinen zu verstehen, worum es auf einer Webseite geht und spielen eine entscheidende Rolle dabei, ob eine Seite für relevante Suchanfragen hoch oder niedrig eingestuft wird Eine gründliche Keyword-Recherche ist daher unerlässlich, um die Begriffe zu identifizieren, die ihre Zielgruppe verwendet Dabei geht es nicht nur darum, die am häufigsten gesuchten Keywords zu finden, sondern auch um die Erkennung von Long-Tail-Keywords, die spezifischer sind und oft eine höhere Konversionsrate aufweisen, weil sie die Suchintention besser erfassen Qualität und Relevanz des Inhalts Die bloße Anhäufung von Keywords reicht nicht aus, um in den Suchergebnissen oben zu erscheinen Suchmaschinen wie Google legen großen Wert auf die Qualität und Relevanz des Inhalts SEO Copywriting muss daher informativ, gut recherchiert und nützlich für den Leser sein Es geht darum, Antworten auf die Fragen zu geben, die Nutzer haben und Lösungen für ihre Probleme zu bieten Der Inhalt sollte so gestaltet sein, dass er Wert bietet und die Autorität der Website in ihrem Fachgebiet stärkt Benutzererfahrung und Lesbarkeit Ein weiterer wichtiger Aspekt des SEO Copywritings ist die Benutzererfahrung Texte müssen nicht nur informativ, sondern auch leicht lesbar und ansprechend gestaltet sein Dies beinhaltet den Einsatz von Überschriften, Absätzen, Aufzählungszeichen und Bildern, um den Text visuell aufzubrechen und die Lässbarkeit zu verbessern Darüber hinaus ist es wichtig, einen natürlichen Fluss der Keywords zu gewährleisten, sodass der Text nicht überladen oder unnatürlich wirkt Egal ob es darum geht, ein Produkt zu kaufen, sich für einen Newsletter anzumelden oder Kontakt aufzunehmen Der CTA sollte deutlich machen, was der nächste Schritt für den Leser ist Ein gut platzierter CTA kann die Konversionsrate erheblich steigern Messung und Anpassung SEO Copywriting ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein kontinuierlicher Prozess der Optimierung Es ist wichtig, die Leistung der Inhalte regelmäßig zu überwachen, um zu sehen, wie gut sie in Bezug auf Ranking, Traffic und Konversion abschneiden Tools wie Google Analytics und Google Search Console bieten wertvolle Einblicke in die Performance der Inhalte Basierend auf diesen Daten können Anpassungen vorgenommen werden, um die Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Inhalte weiter zu verbessern Insgesamt ist SEO Copywriting eine unverzichtbare Fähigkeit für jeden, der im digitalen Raum erfolgreich sein möchte Es vereint strategische Keyword-Nutzung mit der Kunst des Überzeugens und Informierens, um Inhalte zu erstellen, die sowohl für Suchmaschinen als auch für Menschen optimiert sind Die Balance zwischen diesen Elementen zu finden, ist der Schlüssel zu effektivem SEO Copywriting Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung Suchmaschinenoptimierung, bekannt unter dem Akronym SEO, von Englisch Search Engine Optimization, bildet das Rückgrat digitalen Marketings und ist essentiell für den Erfolg jeder Webseite SEO umfasst eine Reihe von Strategien, Techniken und Praktiken, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit einer Website in den organischen Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo zu verbessern Ziel ist es, mehr qualitativen Traffic auf die eigene Seite zu leiten, indem man höher in den Suchergebnissen für relevante Schlüsselwörter und Phrasen platziert wird In diesem umfassenden Überblick werden wir die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung detailliert beleuchten einschließlich Schlüsselaspekten wie On-Page SEO, Off-Page SEO, technisches SEO und die Bedeutung von Inhalten On-Page SEO bezieht sich auf die Optimierung von Elementen auf einer Webseite, um das Ranking in den Suchergebnissen zu verbessern und relevanteren Traffic anzuziehen Dazu gehören die Optimierung von Titel-Tags, Meta-Beschreibungen, Zu-Edings, Überschriften, URL-Struktur und das Einbinden hochwertiger, relevanter Inhalte, die für die Zielgruppe von Wert sind Schlüsselwörter spielen eine wesentliche Rolle Es ist wichtig, relevante Schlüsselwörter sorgfältig auszuwählen und sie auf natürliche Weise in den Text einzubinden, ohne dabei Keyword-Stuffing zu betreiben also das übermäßige Verwenden von Schlüsselwörtern Off-Page SEO Während On-Page SEO sich auf die Aspekte konzentriert, die direkt auf der Webseite zu optimieren sind, befasst sich Off-Page SEO mit den Maßnahmen, die außerhalb der eigenen Webseite stattfinden Dazu gehört in erster Linie der Aufbau und die Pflege von Backlinks, also Links von anderen Webseiten, die auf die eigene Seite verweisen Diese Backlinks dienen als Empfehlungen oder Vertrauensvoten in den Augen der Suchmaschinen und können das Ranking signifikant beeinflussen Neben Backlinks umfasst Off-Page SEO auch soziale Signale, wie Shares, Likes und Follower auf sozialen Medien und andere externe Faktoren, die das Ansehen und die Autorität einer Webseite stärken können Technisches SEO Technisches SEO befasst sich mit der Optimierung der technischen Aspekte einer Webseite, um die Indexierung durch Suchmaschinen zu erleichtern und die Nutzererfahrung zu verbessern Die Optimierung der Ladegeschwindigkeit der Webseite Die Implementierung von SSL-Zertifikaten zur Gewährleistung der Sicherheit Die Gestaltung einer responsiven Webseite, die auf allen Geräten gut aussieht und funktioniert Sowie die Optimierung der Website-Architektur für eine einfache Navigation und Crawlbarkeit durch Suchmaschinen-Bots Sitemaps und die richtige Nutzung der robots.txt-Datei sind ebenfalls wichtige Bestandteile des technischen SEO Inhalte und Content Marketing In der Welt der Suchmaschinen-Optimierung gilt oft der Grundsatz, Content is King Hochwertige, relevante und regelmäßig aktualisierte Inhalte sind entscheidend, um bei Suchmaschinen gut zu ranken und die Zielgruppe anzuziehen Content Marketing spielt dabei eine wichtige Rolle Es geht darum, Inhalte zu schaffen, die nicht nur für die Suchmaschinen-Optimierung wertvoll sind, sondern auch realen Wert für die Leser bieten Das kann in Form von Blog-Beiträgen, Infografiken, Videos, Podcasts und anderen Inhalten sein, die informieren, unterhalten oder lösen spezifische Probleme der Zielgruppe Die Grundlagen der Suchmaschinen-Optimierung umfassen ein breites Spektrum an Techniken und Best Practices, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit einer Webseite in den Suchergebnissen zu verbessern On-Page SEO, Off-Page SEO, technisches SEO und ein starker Fokus auf qualitativ hochwertige Inhalte sind entscheidend für den Erfolg SEO ist jedoch kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess der Anpassung und Optimierung, um mit den ständig wechselnden Algorithmen der Suchmaschinen und den sich ändernden Anforderungen der Nutzer Schritt zu halten Danke für deine 5-Sterne-Bewertung, dein Daumen hoch und dein Like Freue mich auf konstruktives Feedback und Kommentar von dir Mehr im Buch, das Copywriting-Buch Die Kunst der Wortgewandtheit und Überzeugung mit deinem Werbetext Und die Magie der Erzählung Eine Einführung in Storytelling Anwendung, Wirkung und warum Geschichten uns fesseln Buch von Markus Flicker Auf Amazon Und auf www.markusflicker.com